hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play the search und ihr seht wir haben eine komplette scarab rüstung an die uns ein bisschen beweglicher macht und habe ich fleißig für gefarmt ich glaube etwas über eine stunde weiter beschäftigt und jetzt haben wir sie und die macht wo hat man denn das jetzt gesehen bei profil glaube ich da bonus für ausrüstung set trägst du das gesamte scarab set erhöht sich der effekt aller vital boost implantate das macht uns jetzt sieben leben mehr und ob das jetzt den kohl fett macht weiß ich nicht ach jetzt habe ich noch meine sachen vom farmen an ich habe meine implantate ein bisschen geändert aber das können wir erstmal behalten wenn das nicht klappt dann müssen wir ihn noch mal zurück und kann man das ändern ja meine lieben habe ich schön gefahren fläßig fläßig und dabei ist mir zum beispiel aufgefallen dass der rahmen um den gegner jetzt zum beispiel gelb wird und dann klappt das hier ja wisst ihr auch bescheid so da wir wollen glaube ich ich habe auch jetzt hier los gerade erschienen erstmal sein hammer da oben rein stecken warum ach so weil der in die richtung geguckt hat wahrscheinlich na gut so kollege schnürschuh das war erst mal nicht so gut aber für dich kannst du einfach abhauen hier hat ihn hast du was gemerkt nicht hier wieder reinfallen das mein reinfall im wahrsten sinne des wortes so und zack die richtung gefällt mir viel besser so genau jetzt haben wir ja auch schmelzroboter diesen dort zum beispiel und diesen und mit dem hier wollen wir uns jetzt mal anlegen hinteres bein müssen wir angreifen sonst bringt alles nichts das war doof mach mal was auch nicht das typ ach man jetzt ja sowas kommt von sowas ich habe vorhin nach meiner farmung habe ein bisschen päuschen gemacht was gegessen und dann dachte ich so jetzt spielst du schön weiter bist ja gut drin voll gut drin so und ich habe hier zweimal zwei aggressionsverstärker drin die mir bei den ach so muss ich erst was rausnehmen ach da habe ich jetzt gar nicht mehr die punkte für das ist natürlich unangenehm wie viel brauchen die einen ähm der verbraucht keine kernenergie der braucht zwei ach so jetzt kriegen wir kommen wir in torpils küche hier ähm mach mal so und du ziehst dich mal aus und dann habe ich einen ähm unangenehm na gut dann machen wir erstmal so ein bisschen energie ne das na da hab ich natürlich nicht drauf geachtet jetzt jetzt natürlich nicht so doll drauf geachtet dann kann ich lieber den hier an behalten erstmal na gut na gut na gut na gut ja ich hab deswegen wollte ich jetzt da zu diesem roboter weil ich hab die vorhin ein bisschen geübt die roboter und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt stehe ich hier und machen wir jetzt zum affen kaum dass die aufnahme läuft du bist ein knilzschi mcnilchson oh der mich frecher mann was hab ich jetzt gefunden nach einem rhino brust modul ui wie toll ui wie toll ui da freu ich mich aber total so hallo kommst du er kommt er kommt ruhigenwalder mühlenfest was nicht abhauen du bist nur für ein clown ey was ist das schieb ich mir mal eine drohne auf dich ha ha 28 damage nochmal komm ha ha 2 damage so nein 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 nicht runterfallen ja du darfst aber nicht ich diese runterfallung ist unangenehm sehr sehr unangenehm ganz vorsichtig ran schleichen bis das ding gelb leuchtet sag eine nicht nein 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 komm wir gehen mal hier runter das ist mir lieber mein freund that's me lover siehste da passiert mir nämlich weniger bei was denn hier geht es irgendwo lang oder hier gibt es nichts für dich nur den tot glaube ich ne da gibt es eine etage runter da käme ich jetzt eine etage runter ohne zu sterben wahrscheinlich ähm aber kommen wir da nicht auch so hin das äh so aber das riskieren wir jetzt gar nicht erst wir brauchen erstmal unsere sachen hier wieder lasst das mal ich gebe mal meine sachen wieder obwohl es hat sich auch nicht so sehr gelohnt wahrscheinlich ne so ach doof so hoppa jetzt die kriegen von vorne weil ich nicht wenig damit deswegen muss man da immer darf man sich da nicht in seine eigene kombo verhaken sondern muss halt immer uiuiui muss halt immer versuchen dahinter zu kommen und warum macht er denn mal den dritten das das äh so jetzt ah nein ok das hat aber gut funktioniert tja das verlangsamungsfeld gefällt mir auch überhaupt nicht gefällt versteht er man ach na der sprung war eins zu viel jetzt 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 na also geht doch Leute ich weiß gar nicht was ihr habt vielleicht sollte ich mal gegen die das hier probieren wo ich einfach schnellere obwohl ne hab ich geguckt hab ich auch probiert ähm aber ja schnellere Angriffe ja aber machen einer noch was was sonst der Don vorne wie sieht mir eigentlich die Beleuchtung aus das finde ich ja also sowas finde ich ja geil wenn du mit dem anderen äh Rüstungsset wenn dann auch die Beleuchtung anders aussieht exo lift aha ok kriegen wir hier noch was besonderes neuen ok so wir ziehen mal wieder eine anständige Waffe an und dann interagieren wir mit diesem exo lift hoffentlich kommt er nicht wieder aha ah das ist so ne Tür schwupp wo geht's denn hier hin ähm sicher ah hier kann man über das Rohr wo kommen wir über das Rohr jetzt hin hier nicht dazwischen fallen oh man so ein Schmelzroboter ach wartet mal ist das hier etwa ne oder wo sind wir denn jetzt toll wenn das hier der tolle Geheimgang war für dieses Item da hätte das ruhig ein Implantat sein können oder irgendwas Fettes und ich habe mal so einen Haufen Schrott komm können wir da auch weiter hoch noch oder ist äh der Winkel zu steil ne der Winkel ist zu steil bitte hier nicht runterbacken jetzt ja dann gehen wir mal hier noch hin das sieht aus wie ne alte Werkstatt kann ich den nicht ich kann den nicht äh Recycling Gioranimo Au hat ihn so wir können uns mal noch hier kleiner Schrotthaufen wieder ok ok ähm das sieht ein bisschen unangenehm aus ich glaube der Recyclingmann ist verrückt geworden man hat hier Sachen recycelt die eigentlich noch gut waren so und jetzt hängen wir hier fest für immer nein so ah blablabla wo kommen wir denn jetzt raus ich grusel mich ein bisschen keine Ahnung wo wir sind ich bin mir sicher die hätte ich nicht lang gewollt dieses Item da sieht zu verlockend aus aha siehste er hat aber ganz schön schwer oh 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 ah das ähm war hab ich genau so hab ich das gedrückt ja ok 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 ha story na na wer ist nach all dem was er abgezogen hat es gibt massig Kuchen also bringt jede Menge Hunger zum Pausenraum 12 hoffe der erstickt an erst die Drohnen dann John und jetzt unser Lohn der Wichser hat mir Schraube locker wenn er glaubt das ist vergeben und vergessen und irgendwann schnapp ich mir meine Werkzeugkiste und zieh sie ihm fest das sag ich dir ok schön aggressiv war schorch das hat gut funktioniert ach oh ist hier so ein Schweißroboter machen wir erst mal diese Tür auf einfach damit so offen ist ja das war der Plan ok Schweißroboter mein kleiner Kumpel darf ich mal den Hintermann angesehen ja darf ich du gemeiner Kerl na oh 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 ganz schlechtes Timing ach oh lass das ja ok ach fast na warum kommt denn da der dritte den wollte ich überhaupt nicht machen braucht das andere wieder ah die Drohne ist auch völlig nützlos an der Stelle ey mein Dröhnchen aua mein Leben ich möchte an dem jetzt nicht sterben hier ehrlich gesagt ist mir zu weit weg hallo wir haben ihn noch verbraucht so hat ihn typ machen wir noch diese Tür auf machen wir einfach alle Türen auf aha ok ich habe keine Ahnung wo wir sind ehrlich gesagt keine Ahnung wie wir von hier jemals wieder nach Hause kommen unter also ja wie war von was war das was 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 taktiler omnibust hallöchen hat ihn Bart nein so äh taktiler omnibust implantate wo ist er oh verbrauch der Kernleistung was verbessert die Waffenkenntnis aha und den Kenntnis zu gewinnen für einhändig starb zweihändig ach das ist ja interessant also das brauchen wir jetzt zwar nicht aber wenn wir später vielleicht mal die Waffe wechseln wollen auf eine von den dreien die da drauf sind dann ach hier waren wir doch gerade oben drauf können wir oh ok au unangenehmer Typ ey ok diese haben wir leer ey hier eine Sache so so noch so ein Typ warte mal aha apropos noch so ein Typ was ist denn hier los eigentlich Leute hier den haben wir aha das war doof oh das ist gut so was bist du für ein Roboter ein anderer Roboter oder Voltaik Dynamo ok ähm warte mal ist ja noch ein Item ach so Rhino Kopfmodul alles klar kann ich vielleicht einfach an dir vorbei ohne dass du Probleme machst obwohl andererseits wenn er uns so schön in den Rücken zukehrt dann können wir ihn auch einfach angreifen so jetzt hau ich ab ich glaube es ist das einfachste wie man mit diesen Leuten umgehen kann das hast du denn nicht runterfallen ich brauche doch deinen Loot na gut ok ach hier ist das glaube ich ja das ist das hier ähm hier bin ich übrigens vorhin einmal aus Versehen ein Stückchen zu weit lang und dann kam direkt eine Lautsprecherdurchsager ja hier ist Ben hab seinen Namen vergessen Ben Jamin Blümchen und oh oh und äh hier wenn ihr das hier hört wenn ihr am Leben seid wenn es euch gut geht wenn ihr das hier versteht dann lasst uns bei der Bahn treffen so jetzt kommt hier keiner oder was was macht denn der da hinten der ist doch der musst doch hier lang patrouillieren eigentlich der Mann mit den zwei Klingen da kommt er da kommt er oh schneller als mir lieb ist äh und haut wieder ab bist du für ein Typ jetzt kommt er wieder hallo was seid ihr denn für Leute merkwürdige Personen ja jetzt krieg ich nicht an wie sie ist ja sicherlich ja sicherlich hör mal nimm diese Drohne so ich muss meinen letzten hier jetzt mal fressen nimm diese Drohne ich drohne dir nicht umsonst so jetzt kriegst du es ja nein oh ich hab aus Versehen hab ich ihn abgewählt und dann konnte ich ihn nicht finishen das war ein bisschen schade ähm oh was macht er denn da mal ganz hektisch so okay ähm jetzt haben wir natürlich ähm ähm hallo was 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 nö so nicht nein nö ich stand dahinter ne da muss ich leider mich jetzt heilen gehen das äh man ey wenn man so viel haben kann ja warum ähm was auch immer uns der Ausflug da zum Recycling gebracht hat ähm vielleicht müssen wir da einfach nochmal da wäre es wahrscheinlich nochmal in die andere Richtung gegangen glaube ich aber jetzt ist mir das gerade wirklich zu heikel wo ich meine ganze Heilung schon aufgefressen habe das tut mir sehr leid dass ich so ein Spaßdieb bin dass wir jetzt wieder zurück müssen dann ist alles wieder gerespawnt und aber da machst du nix ist mir lieber als jetzt irgendwo mich jetzt noch weiter in die Bredouille zu bringen und dann dort zu sterben wisst ihr ja versteht ihr doch sicherlich und stattdessen kriegen wir jetzt hier halt nochmal ach das reicht gar nicht na super ich lagere mein Altmetall hier trotzdem und ich muss das umbauen irgendwie aber ich habe keine da müsste ich wieder ne machen wir nicht machen wir erstmal nicht ja tut mir sehr leid tut mir sehr sehr leid wirklich aber so das bedeutet ich so Sachen darf man immer nicht unbedingt vergehen ach ich hätte auch Dings nehmen können doof man wie blöd ich bin dumm dumm die dumm die dumm so die beiden da lassen wir es mal rechts liegen tja ich weiß noch nicht so richtig irgendwie irgendwann müssen wir ja mal mit den Security Männern spielen ähm da bin ich noch nicht so sicher wie wir das anstellen wollen ach guck mal jetzt geht er dahin kommt nicht hinter den oh meine Ausdauer ist ja leer warte so und nun zu dir Kollege warum ich habe doch geblockt oh ja oh ja so weil ich habe gerade noch dieses implantat drin dass ich für eine finisher regeneration bekomme so mit denen haben wir uns schon amüsiert gehen wir mal hier direkt hoch au 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 oh was oh was meine Ausdauer ach jetzt wollte ich ihn gerade von hinten ach du bist umzingelt so wie gehen wir denn mit der au 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 das gibt es doch nicht was soll ich noch mehr machen außer zu rennen ha au so zur strafe reiß ich dir jetzt das Bein aus au au das sagt ich schon au so hoch hier wo sind wir denn jetzt hier wieder so schön mag zwei teile finde ich gut äh ich hatte auch drüber nachgedacht ähm was das soll hier mit dem weil wir finden wenn wir jetzt hier kein mark 1 mehr finden dachte ich wie soll man sich denn neue rüstung basteln ähm die man dann aufwerten kann wenn man nur mark 1 die ganze zeit also wenn man nur die höheren marks findet aber wo sind wir denn jetzt hier aber du kannst die teile alle schon warte mal hier waren wir doch eben schon ach so so fügt sich alles zusammen leute das ist hier bei dem bei dem schmelzroboter ja okay also völlig unnütz sozusagen dieser ganze komplex hier ob sie jetzt mal vorbeigelaufen und an falschen angestogen Ah, der Finn, der Finn, der Finn, das himmlische Kind, ja, ja, lächerlich, lächerlich, sagte ich schon lächerlich? Mann, nein, nein, nicht wieder in Fallschaden sterben, bitte, jetzt muss ich da wieder hinten rein zu dem Kameraden, mit seinem scheiß Ding, probieren aber gleich mal was, wenn wir da sind, oh, da war ich zu laut, falls wir da hinkommen, meinte ich natürlich, ei, 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 der Finn ist manchmal ein Typ, könnte er keinem erzählen, erzähl es bitte jedem, was ich für ein Typ bin, oh, und vor allem lass die coolen Sachen nicht aus, oh, ah, das ist doch noch die Gammelheilung, oh, Mann, ey, können wir den mal kaputt machen, hier? So, jetzt ist es übrigens auch offiziell, das Spiel ist wesentlich leichter, wenn man es nicht let's playt. Warum? Warum? Warum war denn das neun Schaden? Ah, wartet mal, da können wir mal, nee, wir müssen erstmal unsere Sachen wiederholen, dann können wir uns hier in Ruhe mal den Lageplan angucken. Ah, das wäre unsere Chance gewesen, so. Da steht er doch, ich ziehe ihn doch. Au, 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 tu mal ne Heilung, so. Oh, haben wir ihn tot? Okay. So. Ich drohne den mal. Haha! Das war doch supi. Das war gut. Okay. Was haben wir hier? Plasmatischer Regenerator. Ach so. So wieder so ein Hot-Ding. Mhm. Okay. Das ist ein guter Trick. Wissen wir Bescheid. Können wir die Jungs hier mit einer Drohne anschießen und dann... So. Also. Wir sind jetzt da. Central Station. Toxic... Personal Arrival. Da ist unser Dings. Da. Hier einmal über die Brücke ist das Recycling. Ja. Conveyor Hub. Ist hier dann auch. Aha. Aha. Okay. Wo gehen wir an? DTS. Oh. Ja, meine Lieben. Aber. Wir gehen jetzt hier da. Da. Da drüben. Da. Da. Wo ihr diese Treppen seht. Da gehen wir jetzt. Beziehungsweise jetzt halt nicht, sondern nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Let's play the search. Oh. Ich habe meinen... Ja. Ja. Ich mache mir den ganzen Aufwand, um meine Sachen wieder zu... Und vergesse meine Sachen wiederzuholen. Opsi. So ein Fritz, der Finn. Ich sage es euch. Achso. Sind meine Sachen jetzt oben geblieben? Ja. Sind sie. Ein Typ. Hat er. Waren zwar jetzt nur 990, aber jeder Zippel zählt, ne? Muss euch auch bewusst sein. So. Jetzt aber wirklich. Ich habe mich schon bedankt bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lebt mir es nicht übel, wenn ich das jetzt nicht nochmal mache. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüssli Müsli.